Hallo, hier ist Patricia Günther. Ich bin die Stomatherapeutin hier im Caritas Krankenhaus seit ungefähr dreieinhalb Jahren und ich freue mich jeden Tag auf meine Stomapatienten. Ich leite sie hier von Montag bis Freitag an, ihr Stoma selbst zu versorgen. Auch Fragen zur Ernährung oder was es noch für Einschränkungen gibt in ihrem Leben, die beantworte ich dann hier ganz gerne. Das macht mir besonders viel Spaß, weil ich gern mit Menschen umgehe und gerade die Patienten ja in einer sehr heiklen Situation sich befinden und ich dann auch mich einfühlsam auf sie einstelle.